Oh, jetzt sind wir zu zweit, jetzt müssen wir doppeln, äh, müssen wir einzig eins machen. Komm, wir spielen TTT, das tut meinen Gegnern weh. Wir spielen Trouble in Terrorist Town, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Matcha. Herrlich. Wunderbar. Ja. Ein Traum. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum, Herr, ist der Wahnsinn. Jo moi. Jo moi. Jo moi. Ich zeige schon sechs Folgen, ich glaube, das reicht. Ich mag Döwe weh. Wie lange wollt ihr noch machen? Weiß ich nicht. Die bleiben noch unter den Schluss, oder? Nach der Map können wir aufhören. Ja, würde ich vorschlagen. Ah, ist klar. Alles klar. Ah, war's klar. Wieder nach ein bisschen Dead Badass. Äh, echt? Ja. Uh, mega nice. Ah, das ist voll krass. Ich bin aus dem Rocket League. Ich habe kein Dead Badass. Vielleicht bin ich bei, vielleicht bin ich bei der Rocket League, das wäre noch nice. Ja, okay, lass mal vier Rocket League zacken. Ja, alles klar. Obwohl, vier, vier, scheiße. Wir fahren mit den Autos, also... Ja, zwei gegen zwei. Wir können auch zwei gegen zwei machen. Stimmt, wir können zwei gegen zwei machen. Ja, gell? Oha, ja, lass das machen. Warum eigentlich, warum eigentlich nicht? Aber ich will, ich, wenn ich wieder, obwohl ich habe bisher nur mit Korn gespielt. Also, und mit Steckdose. Aber ich habe noch nie mit Lars gespielt. Ich stecke hier fest. Ich stecke auch fest, ich bin in der Mülltanne. Ich bin in der Mülltanne. Ich weiß nicht, wo ich drin bin. Ach, man kann es ausschlagen. Ich stecke eben anderen fest. Steckdose. Tür ist außen. Ja, aber ich stecke hier fest im Fest. Ich stecke hier fest. Wie geil das aussieht. Ich kann nicht mehr schlagen. Ah, schön. Connection Problems. Wie schön das aussieht. Ich komme nicht raus. Was ist das? Was ist das? Das war der Truck, in dem ich stecke. Ach so. Aber wir stecken alle im Truck fest. Ach so. Leute, die steckt uns, die steckt auch auf dem Fest. Korn, Kemer steckt uns. Welch ein Wort. Ja, warte, hier, ich hole mir kurz eine Waffe. Das Lustige. Such dir was Schönes aus für ihn. Mach eine Jihad oder so. Ah, stimmt. Das ist eine Idee. Wenn der Traitor stirbt, dann haben die Traitor, oder wenn der Traitor mitstirbt, haben dann trotzdem... Ja, ja, sicher. Wenn alle sterben, hat der Traitor auch gewonnen. Warte, warte mal. Das hatte ich auch eine Möglichkeit. Hui. Was war das? Ein Metal. Na? Ich verraten. Schade, schade, schade. Schau mal, ich bin die Pylone, schau. Ich bin die Pylone, hallo, hallo, hinter dir. Die Pylone, hallo. Hi. Jetzt bin ich im Truck, okay. Ich bin schon wieder im Truck, Alter. Spring mal, spring mal. Ne, äh, ich bin Gaming, spring mal, äh, springen und ducken. Das hat, hat bei mir funktioniert. Ich komme nicht mehr raus. Ich weiß, ich habe die Windows-Taste gedrückt. Die Türkehle ich auf. Doch, du musst dir aufschlagen, mit der Grover. Echt? Warte, warte, geh mal weg, geh mal weg. Geh, äh, geh mal weg, genau. Okay, danke, jetzt ist offen. Los, Map wechseln. Hilfe, Map wechseln. Ich schubst dich. Ups. Kann sein, dass wir noch gar keine Ansage haben. Hör mal auf. Was macht ihr, Battle, oder was? Ja, ja, siehst du aus. Scheiße. Haha, ja, man, nur 40 AP, überlebt. Verlebt doch alles. Ich kann mich gerade eben das in den Haufen. Hahaha. Hör mal auf. Was ist das denn? Hör sicher doch. Was war alles? Hör mal auf. Ihr Home-Rot. Hör mal auf. Das ist geil. Oh, wie geil ist das? Ich habe so schön die Tür wieder zugemacht, nachdem ich... bin ich jetzt wieder im Truck-Spawn, ne? Ich bin raus, ich bin raus, tschüss. Jetzt reicht's. Also entweder, wir können jetzt entweder eine neue Map machen. Wir hören auf. Ja, also ich bin dafür, wir spielen die Runde jetzt noch zu Ende. Da bin ich ehrlich gesagt da. Ja, ich komme da raus, also... Ne, warte, ich komme da nicht. Also Leute, ich bin raus. Hey, lass neue Maps spielen, Alter, das wäre blöd. Oh! Ah! Hahaha, scheiße! Fuck! Ne, ich habe gewonnen, ne? Ja, nice! Nein, wir könnten auch Rocket League spielen. Ja. Hey, lass einfach schauen, wo du jetzt spawnst. Oh, jetzt habe ich beendet. Oh. Jetzt bohrt er nicht mehr drin. Jetzt ist er schall wieder, er ist nicht mehr da. Der, ähm... Steckdose ist nicht mehr im Truck. Der Steckdose? Die ist immer noch im Truck. Ja, der Steckdose. Oh, Alter, der Steckdose ist hier. Nein! Jawoll. Wir wohnen. Oh! Wir wohnen. Wir wohnen. Das machst du deinen Füßen, Alter. Das ist eklig. Hm-hm. Also. Hui! Wuh! Ey, ich sehe eh nur noch sechs Runden, das geht fix. Ah, er schlägt mich! Nein! Ho! Ich lade die Runde so hoch. Ich auch. Komm schon! Nein! Jawoll! Schiss. Oh, sie wird zu zweit. Es wird doppelt, äh, müssen wir einzigen eins machen. Wie, ich spawnen im Truck. Wie, ich spawne außerhalb. Nee, ich spawne außerhalb. Immerhin. Ich auch. Ah, ist Spaß! Komm rein! Battle in the Truck! Hat so für Rocket League irgend ne besondere Edition oder so? Ich könnte Rumble spielen Nein, ich meine jetzt Version Via Edition Ja, ne, ist schon okay Jawoll Alter, schön Habt ihr irgendwelche Aftershocks hier, SDLCs? Ich habe alles Und noch viel mehr Du hast eine Supersonic Fury Korn und Ne Ach, hast du ja direkt die Deluxe durch ihn geholt? Nein Nicht, hast du ja die Einzelhand geholt? Hä? Nicht? Ja, ja, natürlich Hä? Jetzt ist Kurt verwendet? Ne, ist noch da Ich dachte schon Oh nein Aber dies ein bisschen Viel Spaß mit deinem Brot Ich gehe mal Wasser suchen Viel Spaß Oh Na gut, das war es ja nicht so schlau Oh je Diese scheiß Viecher kommen in den Truck rein Machen die im Trader auch schaden? Ich weiß es nicht Ich will es nicht ausprobieren Die machen die Tür zu Komm, probier es mal aus Probier es mal Aua What the fuck Nein Nein Oh Gott Oh Gott Ich sterb gleich Hast du Spaß? Hast du Spaß? Natürlich nicht Probier es mal Mäh 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 So Leute Ich werde mal raus Geh Wollen wir nicht noch Rocket League? Doch kein Rocket League mehr Oh Oh, ich werde noch Rocket League sprechen Komm her Nein 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 Nein, 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 nein Hau ab, hau ab, hau ab Also ein herzliches Tüdelü meinerseits Ja Also zackst nicht mehr mit Rocket League Ne, ich bin raus Okay Alles klar, man hört sich Opa Also über die Ecke gechanter Okay, ciao Ciao Tschüss, russ Hier, Kopfsprung Die war echt elegant Musst du schon sagen Kopfsprung Set für den Dogen Ne, ich spür's mal ein bisschen Rocket League Hätte ich halt Kopf drauf Sieh, noch drei Runden Ach gut Mach mal noch eben Wieso habe ich eigentlich einen Score von minus 1? Gute Frage Oh shit, oh shit, oh shit The fuck hast du den Range? Aber es gibt doch keinerlei Waffen auf der Map irgendwie, oder? Ne, ich habe keine gefunden Ich habe eine Disco gefunden Mehr aber nicht Hey, lass mal kurz nicht töten Ich will mal kurz noch schauen was Also Ich war ja noch nicht weiter als im Schwimmbad Ja, ich komme ja nicht mal hier raus Okay, im Schwimmbad gibt es auch nicht viel, außer ein Sprungbrett Kannst du mir irgendwie raushelfen? Wo denn? Hier im Truck vorne drin, ich hänge fest Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann Ich hänge fest Weiß ich nicht Was will ich töten? Ja, fuck Was war das? Melen, ihr habt genau getroffen Alter, du hast Glück, dass du mein, ähm Mein Körbchen getroffen hast, den ich vor die Tür gelegt habe Ne, äh, in der linken, in der linken Tür ist ein Loch im Glas Da habe ich, glaube ich, durchgeschossen Nice Nooil Nooil Ach, nö Da fuck Da fuck Wack, 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 nee, du slick einfach die Tür rausnehmen Ich habe die Tür Da fuck, was war das denn? Okay, ich, okay Schau, schau, ich habe die Tür in der Hand Schau Ja, ich sieh's Was ist das denn? Die sind nur noch verpackt Kann ich euch alles auseinander machen, ne Ich denke, da warte, ich kann nichts machen So, dann schauen wir mal Was haben wir? Ich kann mal den Kick ausprobieren Ich glaube, der bringt, wenn ich festhänge, nicht, obwohl Ich habe dich reingeschlagen, einfach Wie cool, ja gut Dann gehen wir einfach raus Ja Ach du Scheiße Das war lustig Ja Angebot Das war lustig Wires Didn't Das war lustig Das war lustig Ich bin Ich bin Oh responds Thanks Ich bin